so willkommen zurück zu einer neuen folge so witness ja wir wollen den bunker hier öffnen jetzt das hier wird nämlich sehr knifflig wir können da unten rein das heißt wir könnten eigentlich hier so lang hier so lang und hier lang wir haben das doch in der letzten folge gesehen die roten und die schwarzen die weißen dürfen sich nicht berühren und wir müssen jeden schwarzen punkt davon einnehmen oder ist hier einfach nur eins für die punkte da aber das hat gerade irgendwie aufgeleuchtet leck mich doch am hinterteil da versuche ich über das blaue ding noch mal irgendwie muss das ja gehen hier berühren wenn ich jetzt einfach nur das hier mache blinkt das heißt ich muss das auch irgendwie von schwarz und weiß von den zwei schwarzen abkapseln das geht ja dann nur so ich verstehe das hier nicht das ist mir gerade ein bisschen zu hoch ach so ok ja gut gibt es ja eigentlich so eine art karte oder sowas wir gucken mal ganz kurz in die steuerung rein tasten belegung ändern maus bla 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 runter scrollen kann ich nichts also gibt es keine karte schade da müssen wir uns selber zurecht finden aber hier oben ist schon wieder etwas ich gehe jetzt einfach mal das einfachste ok das lassen wir nur ok das ist aus es ist ein interessantes spiel wenn man durchblick hat was man machen muss wir gucken mal hier hinten rein ok hier geht es runter oder schönermaßen ich möchte dich ungern kaputt machen irgendwo hier gibt es doch bestimmt ja hier so so ähm das ist Goni so einfach ach ach du scheiße das sind gleich vier meine die höre die 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 Oh, interessant. Ins Wasser kann man nicht. Hier ist jetzt was angegangen. Äh, so. So, nee. Hä? So geht nicht. Ach so, ah, ich hab mich auf das Falsche fixiert. Okay, jetzt das nächste Rätsel. Äh, so. So. Äh, fangen wir mal oben an. Das macht sich besser. Äh, ach du Heimatland. Wie hab ich's hinbekommen? Äh. Okay, du bist jetzt hier raus. Wo führst du hin, Mjong? Führst hier hoch. Da ist das dann da. Ähm. Hier muss ich ja die schwarzen Dinger wieder machen. Genau. Tor 1. Das ist aus. Warum ist das aus? Warum, warum ist das aus? Hallo? Ach Gott, ich muss aus die ganzen Tafeln, Alp Divion. Äh. So. Ey, ernsthaft. Machen wir das halt so. Ich weiß nicht, ob das hier irgendwelche Muster ergeben sollen. Äh. Scheiße. Äh. Shit. Hör mal, äh, da kann ich das dort nicht mehr nehmen. Das ist nicht so einfach hier, da macht mir das aber das dort, äh, da macht mir das hier zu. Das geht nicht so. Da muss es irgendeinen anderen Weg geben. Jetzt hab ich das dort wieder nicht. Jetzt, äh. Meine Güte, das wird immer schwerer hier. Ah, jetzt ist das da oben wieder. Jetzt komm ich an das dort nicht ran. Jetzt komm ich an das dort nicht ran. So. Wir haben es endlich an. Yippie. Äh, jetzt kommen die nächsten Schaltflächen. Toll. Jetzt nehmen wir uns mal das Gelbe vor. Äh, stopp mal. Scheiße. Ist das egal mit welcher Farbe ich die Dinger berühre? Ne, ist nicht egal. Aber wenn hier blau raus... Hä? Ich bin hier manchmal echt überfragt. Ich bin jetzt blau. 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 So. Also ich bin irgendwie fast immer blau, wenn ich das richtig mitkriege. nicht weiter. Blau. Ähm. 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 Ah. Wenn ich jetzt, äh... Äh. Äh. Nee, ich muss hier unten anfangen. Ich versuch das jetzt einfach mal so. Nee, ich muss alle berühren. Aber wie mach ich das? Und da komm ich nicht mehr an das, und da komm ich nicht mehr an das, da komm ich nicht mehr an das gelbe rein. Machen wir das so? Hä? Ach, da oben war er noch eins! Äh, so... Warte mal, hä? So? So, jetzt, äh... Mann, 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 das ist alles nicht so einfach hier. Äh, wir sind wieder bei blau. Scheiße! Ey, ich muss mit Geld dieses Mal anfangen. Äh, hier blau, genau. Jetzt komm ich dort und nicht an das gelbe ran. Was ich jetzt so mache... Ähm... Ja, doch so... So. Ähm... B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b. Ich muss zusehen, dass die gelben sich komplett berühren. Okay, dann versuchen wir den ganzen Spaß mal so... Shit! Das geht so also schon mal nicht. Shit! Äh... Scheiße! Ich muss hier dieses Mal mit gelb anfangen! Ach nee, warte mal, ich bin ja blau, stimmt! Äh... Äh... Ach du Heimatland! Wie soll ich denn das schaffen hier? Ich muss dann da runter, das heißt eigentlich, ich müsste als erstes so anfangen... So, da haben wir's! Hui! So, wie ob wir dieses Ritz lösen, das erfahren wir in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch oben da, lasst Kommentare da und... Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video, bis dahin bleibt entspannt, genießt den Tag und... Bye, bye! 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 Bye!